Firma Syncon und unsere Kanzlei Zumdobel-Gronberger arbeiten seit vielen Jahrzehnten zusammen und es macht wirklich nur Sinn, mit einem Profi zusammenzuarbeiten. Firma Syncon brauche ich nicht vorstellen. Waltraud ist natürlich der Profi, die Franchise-Pepstin darf ich sagen. Und wir arbeiten so eng ineinander zusammen, was die Vertragsgestaltung mit Know-how-Dokumentationen oder deren Umfeld betrifft, dass es gar nicht anders möglich wäre, als das auseinander zu dividieren und daher freue ich mich jedes Mal, wenn ich gemeinsam mit Waltraud an einem Franchise-Vertrag arbeiten darf.